Erfolg lernen und erleben Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, als einen sicheren Weg zum Misserfolg, es ein Recht machen zu wollen. Im Leben gibt es etwas Schlimmeres, als keinen Erfolg zu haben. Das ist, nichts unternommen zu haben. Wir neigen dazu, Erfolg eher nach der Höhe unserer Gehälter oder nach der Größe unserer Autos zu bestimmen, als nach dem Grad unserer Hilfsbereitschaft und dem Maß unserer Menschlichkeit. Der Mensch wird nie begreifen wollen, was seine Aufgabe auf dieser Erde wirklich ist. Lieber vergeudet er seine Zeit im Gelanze falscher Götzinn, als sein Glück in sich selbst zu finden. Viele erkennen zu spät, dass man auf der Leiter des Erfolges einige Stufen überspringen kann. Das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt des Anderen zu verstehen. Ich messe den Erfolg nicht an meinen Siegen, sondern daran, ob ich jedes Jahr besser werde. Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind. Um in der Welt Erfolg zu haben, braucht man Tugenden, die beliebt, und Fehler, die gefürchtet machen. Der Preis des Erfolges ist Hingabe, harte Arbeit und unablässiger Einsatz für das, was man erreichen will. Erfolges ist Hingabe, ans Zionsgeräte. Ich komme mit dem Hingabe. Erfolges ist Hingabe, an einen Schiff an. Und hier ein Schiff an. Ich komme mit dem Hingabe. Nachdenkinen Einheit war der Leiter des Erfolges? Es gibt ihn, wenn wir in Hingabe.